Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn's da um Lauchs geht, ey. Leuche. Ist der Anime nicht so gut wie der Film? Der Manga ist das, was da schon genau ist. Weil der halt immer noch läuft. Immer weiter. Und weiter. Ja, der Anime ist hier von wegen, ja wir stellen uns einfach mal 10 Minuten lang dahin und zielen auf den Lauch, aber schießt's nicht. Hm. Ja, und dann wundern wir uns, ob wir alle tot sind. Wir hätten doch einfach schießen können auf den Lauch. Ja. Irgendwas hat er gespuckt, oder? Und nur. Ah, da drin. Oh, da, das kommt nach dem Tank. Oder nee, Charger, ne? Charger ist das. Du da! Du bist, ey. Leib wieder, Kielsteal, den auch noch. Ja. Was für ein Wichser. Liege. Das ist so ein... Ich will's gar nicht erst aussprechen, er ist halt einfach alt. Hm. Aber er ist erfahren. Wahrscheinlich ist er das. Naaah. Ich hab das hier noch. Ich weiß nur eins, dass ich... Du schier Itachi schmiss das im Spiel. Hm? Egal, nix. Was? Nichts Negatives über Itachi. Ich weiß nicht, was du Itachi sag. Also, dann kommst du doch bis sowas. Und dann kommt die... Ich hab gar keine Ehe. 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 Alter, ich hab hier echt... ein paar Zombies aufgenommen. Wie ist denn? Alter. Okay, Nahkampf war hier wohl doch nicht so angebracht. Ich hab gar keine Ehe. Ich hab gar keine Ehe. Oh, ne Schottie. Das gefällt mir doch gleich viel mehr. Hier müssen wir uns wieder verteidigen. Wir fahren Blödsinn. Mhm. Verletzigen sie den Schalter. Mach ma. Nicht! Kann man hier irgendwo nach oben liegen oder so? Was? Kommt einfach mal her, ey. Oh, der Bild ist so scheiße. Tolle! Oh, der Bild ist so scheiße, Mann. Der Bild ist so kacke. Wie ist denn der NPC? Hier mit dem NPC. Oh Gott! Wieso ist Bill eigentlich vom Weglauft? Nein! 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 Was ist das? Ja. Ja. Boah! Exvieh. Einen Dings hat niemand, oder? Einen Diffy. Hier liegt doch keiner, glaube ich. Kann man nix machen? Mathe, wo liegt denn deine Leiche? Manu? Ja, liegt er halt. Zwischen diesen genannten Wort genau da, wahrscheinlich. Okay, da ist kein Medi-Kit mehr. Diffy ist auch nicht mehr da. Hier oben auch nicht. Ich schaue hier gerade alle Räume durch, ob hier was liegt. Scheint haben wir Pech. Ah, vielleicht kommt das von Raum. Ja, da unten ist er. Ich seh mich! What the fuck! Boah, jetzt kommt der Korke. Wie kommt man da hin, ist die bessere Frage, ne? Komm mal her! Komm mal her! Ich war grad unten. Ja Patrick, komm wieder hoch! Bist'n du! Ich war doch gar nicht bei euch! Leute, ist das ein Tank? Ja, ich bin ein Tank, verdammte Scheint! Ja, ich bin ein Tank, verdammte Scheint! Ja, und Filme, doch, ich bin ein bisschen. Ist er unten? Ja, ich wollte den Lewis gucken, aber da unten war er ja nicht. Ja, der ist doch da, auf dem Weg! Ja, ich war noch da hinten im Raum. Hallo Luis. Ja, du hast mich gerettet. Das ist die Tür aufgemacht. Ah! Da hinten ist Molotow, wenn du willst. Oder hier hinten? Ah ja. Da müssen wir aber aufpassen, Wann. Ja, jetzt müssen wir echt aufpassen. Will Schmerzmittel geben? Ja. Ist klar. Ich habe auch nichts besseres zu tun, als Bill das Zeug zu geben. Was hat die da? Warte mal, Juno braucht doch viel, ne? Jetzt reichen noch die Schmerzmittel, jetzt renne ich noch schnell. Okay. Nervt es nur, wenn ich... Give Blood! Save lives. Hinter dir ist ein Scooter. Ein LKB. Nein, Bill! Ach nee, das war im Versuch, ey. Ey, ich habe auch drauf geschossen. Könnte jetzt kein Problem werden. Hat mich grad voll drunter, dass da ein Name drauf stand. Ja, aber eigentlich wird der Schrotty in die Richtung geflossen, aber ich wusste das nicht. Ja, ich habe voll auf das Auto gezwiebelt und ich wollte, dass das passiert. Zwiebel? Das ist grad eigentlich eher Schwachsinn, weil wir alle voll low sind. Ja, aber es macht trotzdem fun. Okay. Ich meine, normale Zombies kann eh nix. Na. Wie lange kein Tank ist, ist das so lustig. Bist du vor allem da gewesen, wäre ich nicht so low. Sind irgendwo ein Healpack, Mann. Witsch, witsch, witsch. Wo ist der denn? Oder? Da habe ich hier drin. Ach du Kacke. Ich habe Monotauf. Hast du auch Monotauf? Oh Gott. So, jetzt müsste er eigentlich hier herkommen. Ja doch. Na ja, ab geht doch. Da ist zum Glück der Schutzraum. Der kleine Wichser steht schon drin. Hielt sich. Hier gibt es aber irgendwie nicht die Schotte, die ich sonst immer so gern genommen habe. Das ist halt bis jetzt noch Pech gehabt, glaube ich einfach. Warum ist der Lauch da immer da unten, ey? So ein Lauch? Ja, ich, ja, ich wurde auch abgeschossen von den ganzen Leuten da. Was machst du die ganze Zeit? Ich hab doch nur einen Lauch. Was soll ich denn machen? Ja, da...